Die Deutsche Reichspartei, eigene Schreibweise Deutsche Reichspartei, war eine bundesdeutsche rechtsextreme Partei, die zwischen 1950 und 1965 bestand. Parteiprogrammatisch orientierte sich die DRP vor allem am extremen, nationalistischen Flügel des Weimarer Konservativismus, den etwa die Deutsche Nationale Volkspartei vertreten hatte und war zeitweise in Landesparlamenten vertreten. Geschichte Die Deutsche Reichspartei ging Anfang 1950 aus einer Zusammenlegung der niedersächsischen Deutschen Rechtspartei, einem Landesverband der Deutschen Konservativen Partei, Deutsche Rechtspartei, mit der nur in Hessen aktiven Nationaldemokratischen Partei hervor. Die Vereinigung beider Gruppierungen fand in Kassel statt. Bis 1953 war die DRP im Bundestag vertreten, da sich ihr ein Teil der Abgeordneten der Deutschen Rechtspartei angeschlossen hatte, darunter der spätere DRP- und NPD-Vorsitzende Adolf von Tadden. 1951 und 1955 wurde die DRP in den Landtag von Niedersachsen gewählt. 1953 bestand zeitweise die Absicht eines Partei-Verbotsverfahrens, welches jedoch nicht eingeleitet wurde. Dagegen war die radikalere Sozialistische Reichspartei 1952 verboten worden. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1959 gelang der DRP der Sprung über die 5%-Sperrklausel. In den Landtag entsandte sie nur einen Abgeordneten. Die beiden DRP-Mitglieder Arnold Strunk und Paul Schönen schmierten am Heiligabend 1959 in Köln antisemitische Parolen an die unlängst neu eingeweihte Synagoge. Die Tat fand im Bundesgebiet zahlreiche Nachahmer und befeuerte Verbotsforderungen. Der DRP-Landesverband in Rheinland-Pfalz wurde 1960 verboten. Bei Wahlen blieb die DRP ohne dauerhafte Erfolge und verlor in der Zeit ihres Bestehens an Bedeutung. Im November 1964 bildete sie zusammen mit Teilen der Gesamtdeutschen Partei, der 1962 von Heinrich Fassbender gegründeten DNVP und der DP Bremen in Hannover die NPD. Als sich 1965 die NPD bei Wahlen als erfolgreicher als zuvor die DRP erwies, löste sich die DRP auf. Führungspersonen Die Gründung wurde maßgeblich durch Alexander André, Oskar Lutz, Hans Bernhard von Grünberg, Wilhelm Meinberg, Otto Hess, Hans Schikora, Heinrich Kunstmann und Adolf von Tadden betrieben. Diese Personen waren zu einem erheblichen Teil bereits vor 1933 Mitglieder der NSDAP gewesen. Weitere bekannte Mitglieder der Partei waren der ehemalige SS-Sturmbandführer Erich Kernmeier, der nationalsozialistische Jurist Friedrich Grimm, der Schriftsteller Hans Grimm, der Luftwaffenoberst A.D., Hans Ulrich Rudel, der für die Partei im Bundestagswahlkampf 1953 als Spitzenkandidat antrat und der Verleger Karl Waldemar Schütz. Die DRP verstand sich als Sammlungsbewegung für ehemalige NSDAP-Mitglieder und Interessenvertretung ehemaliger Angehöriger der Wehrmacht. Programmatik Die DRP forderte ihrem Namen entsprechend die Wiederherstellung des 1867-1871 von Otto von Bismarck gegründeten Deutschen Reiches. Eine Teilung Deutschlands lehnte sie ab. Ein wiedervereintes Deutschland sollte laut DRP neben den vier Besatzungszonen bzw. Bundesrepublik, SBZ, DDR und Berlin auch die ehemaligen deutschen Ostgebiete umfassen und frei von fremder Besatzung sein. Die Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Mindestgrenzen von 1937 war der wichtigste Programmpunkt der DRP. Daneben setzte sich die DRP stark für die Belange der deutschen Landwirtschaft ein, in welcher ein großer Teil der DRP-Wähler beschäftigt war. Insbesondere in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz hatte die DRP ihre Schwerpunkte in ländlich-evangelischen Gegenden. Wichtig war der DRP neben der Fixierung auf das untergegangene Reich auch der Antikommunismus. Außerdem setzte man sich gegen die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ein. Des Weiteren wurde eine geschlossene Blut- und Schicksalsgemeinschaft der Deutschen und die Schaffung eines völkisch-homogenen Reichs propagiert. Und von der Auschwitz-Lüge gesprochen. Auch antisemitische Einstellungen waren unter den Mitgliedern verbreitet. Die DRP sah die Aufgabe der Frau in der Mutterrolle und lehnte nicht nur eine volle Gleichberechtigung der Frau ab, sondern wollte z. b. die Berufstätigkeit von Frauen nur auf Notfälle beschränkt wissen. Parteizeitungen Das publizistische Organ der DRP war der Reichsruf. Wahlergebnisse Bundestagswahlen Bundestagswahl 1953 295.739 Stimmen 1,1% Die DRP war nur in sechs von neun Bundesländern angetreten. Bundestagswahl 1957 Bundestagswahl 1961 262.977 Stimmen 0,8% Landtagswahlen Bayern 1958 56.864 Stimmen 0,6% Bremen 1959 1951 1951 1963 1963 Listenverbindung mit der Deutschen Partei 5,1% Hamburg 1953 1953 1957 1961 1961 1961 9.045 Stimmen 0,9% Hessen 1958 16.178 Stimmen 0,6% Niedersachsen 1951 1955 1959 1959 1959 1963 56.155 Stimmen 56.155 Stimmen 3,2% Saarland 1960 3.325 Stimmen 0,6% Schleswig-Holstein 1950 1954 1954 1958 12.950 Stimmen 1,1% in Baden-Württemberg und West-Berlin trat die DRP nicht zu Landtagswahlen an.